Guten Morgen, mein Name ist Dirk Wagner, ich bin Geschäftskundbetreuer bei der Hypo Vereinsbank seit vielen, vielen Jahren und bin für den Bereich Nord, also Region Norderstedt, Hennstädt-Ulsburg-Allen-Kürbungszustand. Ich betreue die kleinen und mittleren Unternehmen, also Größenordnung vom kleinen Handwerker, Kleppnerei bis zu dem größeren, mittleren Unternehmen mit 50 bis 100 Mitarbeitern und biete die gesamte Produktpalette an, Kredit bis Vorsorge bis Vermögensanlage, das ist meine Aufgabe. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren bei der Bank tätig und ich begleite meine Kunden wirklich von Anbeginn und wachse sozusagen mit ihnen und meine Kunden sagen mir immer wieder, wir arbeiten gern mit ihr zusammen und wir möchten auch gar keinen anderen Betreuer haben und das bestärkt mich darin zu sagen, ja, mit mir kann man glaube ich ganz gut zusammenarbeiten.